Na an Bernd. Na an Wulff. Na hast du das auch geschafft? Ja. Boah, da wird doch Zeit, dass wir heute noch mal nach Hause kommen, ehrlich. Alter, sieh mal, ne Kamera. Was sagst du da? Da glaub ich jetzt nicht. Da steht ne Kamera. Die Emily überwacht uns. Die überwacht uns. Das ist wirklich ne Kamera, aber ich würd jetzt nicht sagen, warum soll die von Emily sein? Da ist die Einzige, die ist zu neu. Die überwacht uns, die schnapp ich mir jetzt. Ach, Bernd, du machst dir doch mehr Ärger als... Ach, sag mal, wir können das doch anders machen. Ich rufe erst mal die Polizei, beruhig dich. Tom Meier und Moritz Breuer folgen dem Notruf des Lackierers. Der aufgebrachte Kollege des Melders hat allerdings schon selbst gehandelt. Die Polizei ist hier, hallo. Rassen Sie die Frau raus. Rassen Sie die Frau raus. Zurück, zurück, zurück. Alles gut bei Ihnen? Alles gut bei Ihnen? Ja, ich weiß nicht, ich muss es hier wohl. Rassen Sie die Kameras auf. Was soll das denn hier? So, jetzt beruhigt euch. Hallo, wer ist der Herr Otto oder Frau Otto? Sie sind der Herr Otto. Sie haben uns gerufen? Ja, weil das hier zu eskalieren drohte. Also der Bernd hier, der Herr Jäger, der hat ne Kamera im Umkleideraum entdeckt, ne kleine versteckte Kamera und beschuldigt jetzt unsere... Was? ...unsere Chefin, die da aufgestellt zu haben. Schauen wir uns doch. Was habe ich heute gemacht? Ich weiß nicht, was hier los ist. Sie sind seit 14 Tagen erst hier. Und die Kamera? Wo kommt die her? Was denn für eine Kamera? Ja, das ist eine Kamera. Also Sie wissen nichts von einer Kamera. Ich weiß wirklich überhaupt nicht, was das hier alles soll. Ich weiß nicht, was das für eine Kamera ist. Sie sind die Chefin auf jeden Fall hier? Ja. Sie arbeiten dann hier logischerweise? Ja. Okay. Können Sie uns zeichnen, welche Kamera gemeint ist? Die Polizisten wollen die illegal aufgestellte Kamera sicherstellen. Moritz Breuer glaubt allerdings nicht, dass die Chefin das Aufnahmegerät dort positioniert hat. Aktuell haben wir jetzt eine Kamera gefunden in der Umkleide. Wir gehen jetzt also erstmal davon aus, dass es hier auch nur eine gibt. Ich meine jetzt auch nur, so grundsätzlich ist das jetzt auch für mich kein Zeichen von Missvertrauen oder sonst was, weil in der Umkleide finde ich es sehr komisch. Also wenn ich Chefin sie beobachten möchte, stelle ich keine Kamera in der Umkleide auf, sondern irgendwie an ihrer Arbeitsstätte. Sie arbeiten ja nicht offensichtlich. Ich nenne das mal einfach spannend, oder? Weil in der Umkleide ziehen wir uns ewig aus, in der Umkleide. Ja gut, also... Also bitte. Ja, Frau Albrecht, ich weiß nicht, was in Ihrem Kopf vorgeht, aber was soll die Kamera da? Ich möchte da jetzt auch niemanden zu nahe treten, aber der Frau jetzt auch keine Absichten in der Form unterstellen. Also Sie sagen tatsächlich, Sie haben da nichts mehr zu tun. Wer hat denn hier noch sonst irgendwie Zugang zu den Räumlichkeiten? Ja, ich habe... Wie viele Angestellte sind hier beschäftigt? Ich weiß nicht, ob der Ex-Chef noch Zugangsmöglichkeiten hat. Ja, und der mag halt. Ja, wo Herr Roth? Ja. Und unser Kollege? Okay. Momentan ist noch ein Kollege noch da. Mein Mann wird mich gleich abholen. Okay, also ein Kollege ist hier noch irgendwo und insgesamt sind fünf Angestellte mit Ihnen in Führungsposition hier tätig. Das ist so richtig. Wo ist denn der letzte Angestellte, der hier noch sein soll? Das ist der Herr Roth. Ich glaube, im Büro. Ich weiß gar nicht, wo der ist. Ich weiß gar nicht, wo der ist. Ist der im Büro, oder? Hier ist auch nochmal eine Kamera. Guck mal. Ach, guck mal, ja, süße. Bei einer Inspektion des kleinen Familienunternehmens finden die Beamten weitere Kameras. Mit der Ankunft des gesuchten Kollegen wird den Polizisten klar, wozu sie aufgestellt wurden. So, wir sind hier, weil es zu einer Auseinandersetzung in dieser Lackiererei gekommen ist. Anlass war, dass hier irgendwie Kameras aufgestellt waren. Kameras? Kameras tatsächlich. Und die Mitarbeiter sich beobachtet gefühlt haben. Ja, dann war das ja doch kein Scherz. Gestern hat mir ein Kumpel ein Bild von mir geschenkt auf einer Internetseite. Auf einer Internetseite? Auf einer ***seite. Ach, das ist wieder geil. Ja, hier. Gucken Sie selbst. Da sind Bilder drauf. Aber jetzt nach rechts wischen. Noch mehr von uns, oder nur du? Das wird ja immer mysteriöser, ganz ehrlich. Ja, guck mal hier. Der hat mir noch mal hier geschickt. Aber warum sagen Sie denn sowas nicht, wenn Sie sowas sehen? Ja, aber wie gesagt, war gestern. Ich dachte, das wäre ein Scherz. Gibt es da einen Account, oder wäre das quasi online gestellt? Ja, ich wollte es dir gerade sagen. Schau mal hier. Username. AL1986. Das ist ja wohl... Kann irgendjemand mit dem Pseudonym AL1986 irgendwas anfangen? Nee. Die Beamten vermuten, dass es sich um einen Teil des Namens und das Geburtsjahr handelt. Mithilfe des Ehemanns der Chefin ermitteln sie einen Verdächtigen. Wer ist das? Das ist Ihr Freund? Mein Mann, ja. Ihr Mann. Was ist hier los ist, ey? Ganz ehrlich, das sind Kameras irgendwie. Wie Kameras? Ja, keine Ahnung. Ich bin da eingesperrt worden und weil mir unterstellt wird, ich würde hier alle ausspionieren. Werde ich eingesperrt? Ja, ja. Das ist jetzt auch schon okay. Wir haben das schon geklärt. Ich hätte gerne einmal einen Ausweis von Ihnen. Ich wüsste gerne, wer Sie sind. Ich bin Ihr Mann. Ja, wie heißt denn? Ich bin der Timo Albrecht. Timo Albrecht. Also, von seinem Auto habe ich jetzt nicht hier. Von seinem Papa habe ich sie nicht hier. Ah, okay. Wann sind Sie denn geboren? Von der Albrecht? 84, 64, okay. Okay, das ist so. Können Sie zufällig irgendwas mit dem Pseudonym AL-1986 anfangen? Wie bitte? AL? Unterstrich 1-9-8-6. AL. Kennst du das? Das sagt Ihnen was? Das ist ja in Ernst. Das ist interessant. Was ist denn Daniel? Was ist denn Daniel? Mein Bruder Daniel. Ihr Bruder. Daniel Albrecht. Das war früher sein Internet-Nick sozusagen, sein Chat-Name, sein Computer. Scheiße, der macht die IT manchmal. Und der hat hier auch Zugang zu den Räumlichkeiten. Ich weiß gar nicht, ob der ja auch manchmal reinkommt. Eigentlich macht das von zu Hause, oder? Und was ist mit dem Namen? Also, jedenfalls, es ist so. Boah, ist das spooky, ey. Also, ich erkläre das einmal ganz kurz, was jetzt hier vorgefallen ist. Und zwar haben wir hier an verschiedenen Stellen Kameras aufgefunden. Und die Kamera in der Umkleide streamt offensichtlich auf irgendeiner Internetplattform, die pornografische Inhalte darstellt. Wenn Sie das mit Gewissheit sagen können, das ist das der Nickname von dem Daniel, bzw. Ihrem Bruder, würden wir natürlich gerne mal mit dem Daniel sprechen wollen. Genau, wo wohnt ihr denn eigentlich? Ja, da in der Otto-Borgmann-Straße 24. Das ist jetzt, da ist ja nicht weit weg von dir. Also, mein Vater wohnt auch in dem Haus, der Ingo, das ist okay. Den Polizisten erscheint der Informatiker verdächtig. Warum er aber so dreist in die Privatsphäre seiner Kollegen vordringen sollte, ist noch vollkommen unklar. Wir können durch den Garten vielleicht, oder? Ja, das Licht brennt. Ist denn jemand zu Hause, wissen Sie das? Die müssten da sein, ja. Die müssten da sein, okay, dann schauen wir mal. Was ist das? Wer ist das? Das ist mein Bruder. Guten Tag, die Polizei. Was machen Sie denn da? Legen Sie den Stein bitte aus der Hand. Steinaustagen, legen Sie ihn weg. Genau, dann treten Sie etwas zurück. Daniel, was machst du hier, Mann? Ganz ruhig. Sie sind der Daniel Albrecht? Ja, ja. Können Sie sich vorstellen, warum wir vielleicht hier sind? Nö, nicht wirklich. Dann will ich Sie mal kurz auf den neuesten Stand bringen. Wir haben Nacktaufnahmen von den Kollegen von Ihrer Schwägerin. Okay. Und die hat jemand ins Internet gestellt auf eine Erotik-Plattform. Und das ist vermutlich mit Ihrem Account passiert. Oh. Sie haben ja AL1986. Ja. Ja. Gib's doch einfach zu. Das ist doch dein Account. Das ist mein Account, klar. Aber die benutzen so einen Nutzung und du. Da hat jemand eingehackt oder so. Das wäre ein großer Zufall, oder? Machst du bei uns die IT. Du hast doch Zugang. Ja, klar. Ja, was soll denn das? Und was machen Sie hier? Sie zerstören hier Festplatten, oder? Das sind alte Daten noch von vor zehn Jahren und so. Und wie gesagt, ich bin ein IT-Mensch. Und ich will das nicht in den Recyclinghof geben, damit das keine Abrufen kann. Okay, ich verstehe. Das sind meine privaten Daten. Herr Albrecht, vielleicht sollten wir reingehen, damit wir die Nachbarschaft hier nicht so ... Ja, klar, kommen Sie mit rein. Das bietet sich an, ne? Ja. Das ist ein bisschen merkwürdig, oder? Ganz ehrlich. Ja, das ist halt das schwarze Schaf, ne? Okay. Lassen Sie das doch ruhig ... Lassen Sie es doch ruhig da liegen. Ja. Das stört uns doch nicht. Ja, nachdem wir mit der Familie Albrecht das Wohnzimmer des Hauses betreten haben, versuchte Daniel Albrecht auch gleich, eine auf dem Tisch liegende Festplatte aus unserem Einflussbereich zu ziehen, indem er versucht hat, die unter ein Kissen zu legen. Mit diesem Umstand hat er sich natürlich für uns sehr verdächtig gemacht, gerade weil es ja auch irgendwie mit IT hier zu tun hatte. Ja, sind die zur Wartung mit nach Hause genommen, weil die nicht richtig ernst waren? Gerade wollte ich die auch noch mit ... Ja, warten Sie mal. Lassen Sie mich mal kurz was fragen. Und warum liegt die Festplatte dann hier alleine? Also, wie warten Sie die denn? Weil die anderen, die waren kaputt, die wollte ich vernichten und die wollte ich gucken, ob ich sie noch retten kann. Ja, und die haben Sie jetzt ... Deswegen liegt die noch hier. Okay. Was befinden sich denn da für Daten auf dieser Festplatte, wenn ich fragen darf? Keine Ahnung, so genau habe ich es nicht geguckt, weil wie gesagt, ich komme auch nicht drauf. Gut. Ich schätze mal Buchhaltung oder sowas. Ich möchte in dem Zusammenhang jetzt einfach mal loswerden, dass das Ganze, also die ganzen Gesamtumstände, die wir hier vorfinden, also die Kameras, dieses Internetportal mit den empfindlichen Aufnahmen und der Umstand, dass Sie für die IT in dieser Firma zuständig sind und jetzt auch noch hier Festplatten beseitigen. Was ist hier los? Guten Abend. Sie müssen Albrechts Senior sein. Ja, was ist hier los? Ingo Albrecht, war das richtig? Ja. Okay. Der Eigentümer von diesem Haus. Alles klar. Was ist hier los? Hier sind meine Söhne, meine Schwieger. Ja, viel wichtiger wäre, was in der Firma los war für ein Scheiß. Ja, das würde ich auch gerne machen. Vielleicht lassen Sie uns kurz mal erklären, ja? Ja. Albrecht, wir sind deswegen hier, weil bei Ihnen in der Firma, oder ehemaligen Firma, das führt jetzt Ihre Schwiegertochter. Ja, die hat die Firma gewonnen. Richtig. Dort sind Mitarbeiter aufgenommen worden, mit Kameras und dieses ist online gestellt worden, bei einem Erotikportal. Von meinem Sohn. Das vermuten wir. Hast du sie noch alle? Ich hab doch nix gefilmt. Papa, also bitte. Du bist immer im Film und immer mit Faceplatten. Ich hab doch nix mit Kameras zu tun. Jetzt sind Sie doch mal ein bisschen ruhiger. Das hilft jetzt hier nicht gerade weiter, wenn Sie sich gegenseitig anschreien. Herr Albrecht, an Sie die Frage. Als ehemaliger Inhaber der Firma. Können Sie dazu was sagen, ob sich zu dem Zeitpunkt, als Sie da noch tätig waren, schon Kameras in dem Gebäude befunden haben? Ich muss das jetzt leider sagen. Das ist ja meine Schwiegertochter. Aber seitdem die diese Firma übernommen hat, da ist Sodom und Gomorra, glaube ich. Du bist genauso schuld dran. Ich seh das. Also, Film, ey, wie sollst du das sehen? Das läuft alles super. Ich bekomme das ja mit, dass da die Umsätze runtergehen. Und da muss man noch mal ein bisschen überprüfen, nachprüfen. Also, das ist ja auch nicht normal. Wieder muss man nachprüfen. Also, das hört sich jetzt für mich eher so an, als ob Sie was mit den Kameras tun. Ich, ich nicht. Er ist hier. Er macht da nichts an. So sagen Sie denn Sachen wie, dass Ihre Schwiegertochter überprüft werden müsste. Da habe ich mich versprochen. Die Polizisten wollen auf einem Computer überprüfen, ob auf der angeblich alten Festplatte kompromittierende Bilder abgespeichert wurden. Dazu suchen sie das Arbeitszimmer des Vaters auf. Tom Meyer entdeckt aber schon vorher etwas. Überwachungskamerarekorder. Was ist das? Das ist von dir. Von mir? Das ist doch von dir. Das ist doch nicht von mir. Ingo Albrecht. Hat er auf meinen Namen bestellt. Ja, genau. Machst du solche Sachen? Das mache ich. Diese Kameras haben wir sichergestellt in der Firma. Das sind genau die. Das sehen wir auch. Drei Stück. Ja, die Schätze, da ist ein USB-Stick. Komm, Papa, dann schließ doch mal auf. Du bist nicht so die letzten Wochen hier, wo er dich einschließt. Ja, weil du sollst doch mal drangehen. Jetzt ein bisschen ruhiger, bitte. Ich war eben noch hier. Sie sprechen noch. Also hier so mein kleines Reich. Ah ja, und die Bilder. Ha! Ha! Guck mal, das ist das Büro. Ja, das ist die Werkstatt. Das ist die Werkstatt. Das sind doch Bilder, die habe ich gemacht, als ich ging mit der Digitalkamera. Zuletzt war ich vor zwei Wochen in dem Raum. Da war das noch nicht da. Gut, zwei Wochen ist natürlich auch die Zeit. Was ist das hier? Vor zwei Wochen war hier noch nichts. Wollen wir die Festplatte kurz mal anschließen? Ja, klar. Müssen wir halt probieren. Ist das gerade dein Ernst, Ingo? Das ist so eine Spionagezentrale. Was soll diese Schwachsinn? Also ja, bisschen ruhiger. Ich gebe Ihnen jetzt noch genau einmal die Möglichkeit, mal klaren Tische jetzt hier zu machen. Also ich glaube, die Gesamtumstände sind jetzt mehr als belastend für Sie. Jetzt rücken Sie mal raus mit der Sprache. Wir haben die Kameras in der Küche. Welches ist nicht normal strafbar? Das ist nicht dein Ernst. Also welches ist nicht die Wahrheit? Ja, Sie müssten, also Sie sind grundsätzlich erstmal verpflichtet. Also Sie müssen hier, wenn Sie sich strafbar gemacht haben, keine Aussage mir gegenüber machen. Nur es würde uns allen jetzt helfen, wenn wir mal Licht ins Sunken bringen würden und wissen, was vorgefallen ist. Ich meine, da sind Personen auf einer Internetplattform aufgetaucht, ja, die sehr empfindlichen Inhalt hat. Also ich glaube, Sie würden es auch nicht so toll finden, wenn Sie sich im Internet auf so einer pornografischen Seite gegen Ihren Willen wiederfinden würden. Nee, also da muss ich jetzt mal was sagen. Also ja, ich habe den Betrieb überwacht. Ja. Was? Also es sind Kameras in meinem Auftrag sozusagen angebracht worden, aber nicht um Mitarbeiter so pornografisch zu filmen oder so. Da habe ich nichts mit zu tun. Da weiß ich nicht, wer hier dafür verantwortlich ist. Ich sag dir das ehrlich, die Umsätze sind runtergegangen. Ich bekomme ja immer noch die Daten, wie die Umsätze sind. Und dann habe ich einfach überlegt, du hast die Firma noch nicht so lange, liebe Schwiegertochter. Aber du bist ja schuld. Ey Ingo, zwei Wochen, zwei Wochen. Kannst du ihr mal ein bisschen Zeit geben? Also bitte. Nee, habe ich nicht. Ich bin ein alter Mann. Und dann habe ich da die Kameras anbringen lassen und habe mal alles so beobachten wollen. Also wie gearbeitet wird, wie auch alles reingehalten wird und alles. Wie kommen diese Aufnahmen, die Nacktaufnahmen auf diese Plattform? Das ist eine gute Frage. Das waren Sie? Ja. Also wenn wir schon einen reinen Tisch machen. Und warum? Was treibt Sie dazu? Ich habe, ich weiß auch nicht, ich habe im Laden die Wartung vorgenommen und wollte ein Kabel austauschen und sehe dann in der Umkleide, dass da eine Kamera hängt. Diese eine. Ich habe nur diese eine gesehen. Und dann dachte ich mir, okay, ich verdiene auch nicht wirklich viel. Und das sind ja auch gestandene Mannsbilder, die Jungs. Die haben da sicherlich nichts dagegen. Ich glaube schon, dass Sie was dagegen haben. Ich verdiene halt ein paar Euro dazu. Der kontrollwütige Vater und sein Sohn, der die Bilder kommerziell verwerten wollte, werden wegen Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches angezeigt.